so und damit herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft ja das letzte Mal haben wir uns sei mal bekämpft mit dieser scheiß Decke und ja jetzt machen wir mal weiter wir wollen schließlich mal das ganze Zeug fertig machen ach stimmt wir haben wir hier noch wenn wir noch den Boden zu machen den machen wir mal bis dahin da kommt auf jeden Fall Gold rein so nein das war jetzt ein Fail weg 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 da da dann hier Gold da Gold und so weiter ach ich meinte einfach das ganze weg bis hin mehr dann so wird's gemacht ja es geht ab die Schnitzel hier so hier kommt da drin da 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 na lauf doch so sieht doch schon richtig edel aus würde ich sagen oder Leute was sagt ihr also ich find's Hammer also es passt sag ich mal nach meinen Wünschen her ist es gerecht in Ordnung so schneller ich glaube wir müssen sowieso dann irgendwann mal wenn wir echt noch nicht 100 Parts oder so erreicht haben dann muss ich ja und fühle ich mich sozusagen gezwungen noch die Wand wegzureißen ist entweder die hier oder die hier dass wir dann noch ein Dorf errichten wenn nämlich eigentlich auch keine schlechte ist so wie beim NPC Dorf dann Schmied und so scheiße ne jetzt haben wir uns dann auch schon schafft jetzt müssen wir uns bald um das königliche Haus kümmern dann zickt ihr das war jetzt schon wieder ein Fell zack außen innen außen innen außen innen außen innen außen innen und so weiter Lauft ja wie geschmiert Das kann ich auch schon mal erklären Und zwar Viele von euch sagen ja schon Wann kommt ein Homefront und so So, ich wollte gestern Einen neuen Homefront Part Rendern, ja In Camtasia und auf einmal Ist schon wieder die Scheiße Ich habe 55% Und ab 55% stellt das auf einmal Fertig, so fehlermäßig besser Ja und das finde ich nicht Schön So Jetzt haben wir dann erstmal hier Das ganze fertig Jetzt freue ich mich bloß Zuerst mal das restliche weg Was wir da für den Boden reinhauen Also ich hätte jetzt mir gedacht Ne, wir hauen sowas rein So Welche kommen dann Blumen Und so weiter hin Eins noch Das ist die Frage Ne, das ist nochmal schau So Jetzt passt's Meine Axt macht auch selig Bald nicht mehr mit Wow Das war jetzt gerade ein Framerate Einsturz So Jetzt ist es wieder auf 36 Und jetzt Hm, naja Also Fraps hat bei mir zur Zeit immer Sozusagen Streik Weil es zur Zeit des öfteren Nicht mehr so richtig mitmacht Könnte ich mir da einer Vielleicht mal sagen An was das liegen könnte Liegt das entweder an Ähm An den Speicherplatz Oder an Fraps selber Oder mein Computer Aber mein Computer Kann's glaube ich nicht liegen Na ja So So Ja, genau Dann komm ich hier Zeige ich mal Irgendwann mal Bäume hin Oder Pilze Ja, ich glaube ich mach da Ne, Pilze sind überflüssig Ähm, ja Und zwar habe ich hier vor Ziemlich viele Blumen rein Zuhause Das Spiel kommt hier dann Blumen Ding hin Und hier auch Blumen mit Bäumen Und so weiter Das muss ich mir noch Alles noch durch den Kopf Gehen lassen Wie wir das machen So Man, man, man Freue ich mich schon Auf die zweite Staffel, Leute Und vor allem Freue ich mich auf Battlefield Aka Butterfield Oh ja Haben wir wieder nix mehr So Das war mal Bis davor Dann haben wir es ja schon Geschafft Tralalalalala Tralalalalala So Mann, man, man Das dauert etwas lange Ich baue die Erde ab Lalalala Und das macht mir nicht Gerade viel Spaß Weil das so langweilig ist Schneller So Jetzt haben wir es doch Dann Ja Und Zack Fertig Mann, hab ich wieder viel Erde Das geht ja gar nicht Hoppala Wird schon wieder dunkel Ja So Jetzt stellen wir das einfach mal So in Schacht verfahren Und dann schlafen wir einfach mal Moin, moin Mann, man, man Jetzt hab ich schon wieder 23 Und jetzt wieder 27 Und dann wieder Ah Fraps So Und schon wieder alle So Zack Ja Schaut doch eigentlich schon mal Recht okay aus Ich glaub oben Weil da drüben Dann wieder weiter Wiese ist Ich glaub da baue ich mir dann Wahrscheinlich So einen königlichen Gart noch hin Ich weiß Ich hab's zur Zeit Mit meinem königlichen Blablabla Okay Ähm Jetzt brauchen wir mal Cobblestone Cobblestone Ich würd mal sagen Ich hab ne geile Idee Was heißt geil Es passt gut dazu Äh Wie viel sind das? Fünf Also zehn So So Der Rest wird dann Cobblestone So Jetzt geht dann die Fraps wieder Weil jetzt hab ich hier da 39 Framerates Beziehungsweise 37 So oft ist eigentlich Wieder recht flüssig Vielleicht muss es sich Immer bloß eingewinnen Oder Fraps macht sich immer Neue Dateien Das kann auch sein Oh Äh Cobblestone Gab ist schon alle Alle Und nochmal So Huch So So Und da haben wir jetzt nochmal Gold rein Oder Ja Hau mal nochmal Gold rein Wie viel sind das Schätzungsweise Sagen wir mal 12 Schätzen wir mal 12 Mal kurz andere Musik Ach War ja klar Dass die Musik kommt Immer verschätze ich mich Durch zwei oder drei So Nicht schlecht Was sagt ihr Also ich find's schön So dann kümmern wir uns hier mal Äh Um die Pflanzen Hobbygärtner Weißt du So So Passt doch Ich hab jetzt grad ne Idee Leute So Schauen wir mal kurz Das Ding hier raus Ha So Und dann kommt dann was Äh Ding rein Äh Zuckerrohr So Perfekt So Sieht doch schön aus Sehr schön Doch das gefällt mir also Ja Also es Sieht zwar als Ich so nach Ein Schloss aus Aber Es ist schon sehr Den Stil von einer Ja Märchenburg Sag ich mal So Äh Zack Ähm Was tätig jetzt brauchen wir Ich brauch Essen 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 hier So Essen zurück So Äh Ja Jetzt guck ich mal kurz nochmal raus Ich muss mal eben auf Futtersuche gehen Weil Ja Ach da drüben hätten wir ja Dinge I guess